Das nächste Kleid hier ist auch vom Hersteller Papilio, der bekannt ist für seine zarten Roben und hat zwei ganz besondere Features. Das erste kann man hier direkt erkennen. Wir haben einen leicht transparenten, zarten Tüllrock mit Blüten, die mit 3D-Effekt aufgesetzt sind und darunter ein blaschfarbenes Unterkleid. Bedeutet man sich die Beine und auch die Schuhe der Braut, je nachdem. Wäre sehr gut geeignet, um auch noch einen Beinschlitz oder ähnlich einzuarbeiten. Und jetzt kommt mein Lieblingsfeature hier hinten. Wir haben zwei sogenannte Tüllschleifen. Das sind Tüllbahnen, die auf der Schulter befestigt sind und dann wie eine Art Schleier, die man den ganzen Tag mit sich trägt, als kleine Flügelchen hinter einem hergezogen werden. Das ist der竹educah. Spannende Tüllschleifen. Vielen Dank.